Es fällt übrigens jetzt erst auf, dass Sora sein Kingdom Hearts 1-Outfit trägt. Wenn ja, wir sind in der Vergangenheit, aber das hatte ich vorher nicht so realisiert. Die Stadt schrunk. Oder denkst du, dass wir vielleicht größer geworden sind? Hey, schau an die Toys-Kanonen! Was sagt er? Hey, sie sind herzlose! Natürlich sind da herzlose. Was auch sonst. Und schütze dabei die Stadt. Okay, lad in. Kümmern wir uns mal, so gut es geht, ne? Na komm! Okay. Okay, die würde mir ganz gut geholfen, muss ich sagen, sehr schön, sehr gut, ja, 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 doch, das war hilfreich, haha, ja, ja, schon wieder, okay, was davon war da jetzt noch? Erstmal, dass weißes Licht echt hell ist. Ja, diese Sphärische Schmerzen ist die ganze Sache, die uns von uns in den Kasteln zu verhindern. Oh. Sie wissen, was muss sein? Uh. So, dann. Es ist Zeit, um zu zeigen, dass du deine Wertschätzt hast. Und nicht da, dass ich mich wieder verlieren kann. Und nicht da, dass ich mich wieder verlieren kann. Mal sehen. Das ist es. Ich muss nur den Kasteln in die Schmerzen schmerzen. Haha. 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 Aber erst mal, ich muss nachdenken meinen eigenen Bolten zurück. Das war Pete, nachdem ich alles zum Beispiel. Wie war das? Ja, was hat mich nicht so kreist. Hmmm. Der Pete, das hier hatte einen gewissen stand. Aber er war nicht ein schlechtes Junge. Was? Äh. Aber es war das? Ha, 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 ha. Now that castle's as good as ours. That's the puke we know. Blam, blam, blam. Oh, no. The Cornerstone's gone. That's what, Mons? They're gonna fill the castle with darkness. We gotta hurry. Hey, hold it right there. No way, Small Fry. I finally found the pipsqueak which stole my steamboat. No way, I want you. Right, me. No way, I want me. I'm just somebody who looks like me. Oh, which is it? Ach, come, Sora. Come, da der Pete, oder Carlo, besser gesagt, aus der Gegenwart, ob er so aussieht wie er in der Gegenwart und nicht so, wie er in der Vergangenheit aussah, ist es kein Problem, die zu unterscheiden. Shut up! Deine Zukunft ist in der Leitkunde, Pally. Also zurück und gib mir das Boot. Der Pondestang! Nach ihm! Okay. Zerstöre den Käfig, bevor Carlo entkommt. Later, losing! You, Bugs, couldn't follow me if you wanted to. You, Bugs, couldn't follow me if you wanted to. You, Bugs, couldn't follow me if you wanted to. You, I can't. So, okay. Oh, echt jetzt? Ah, 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 ah Jetzt kann ich wieder hier anhaken, dann... Hm, Mist. Okay. Das ist aber kein Problem. Dann hauen wir Carlo hier wieder das Zeug um die Ohren. So, kein Ding. Okay. 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 Come on. Sehr schön. Befreit. Ja. Meine Güte. Who will pay for this? Ich glaube ja nicht. Ja. Das ist das größte Ding. Donald, wir werden es später zurück. Peaks in für die Tür. Wir werden es später zurück. Hm. Hat Donald Fantasia gelernt? Donald hat Fantasia gelernt. Aber ich glaube, damit ist nicht das Fantasia aus Final Fantasy 14 gemeint. Hm. Ha. So. Vielleicht. Oh, warum nicht. Schlitzerrolle. Hörst du einen Griff auf einen in der Nähe befindet sich aus? Oh. Ist jetzt nicht allzu vielseitend. Aber gut. So. Dann holen wir uns hier mal noch das Item. Das Item. Obilitamin. Okay. Da ist noch ein Item. So. Mal ganz kurz. Ah. Quatsch. Wir haben den Gemini Sago-Buch geguckt. Okay. Offenbar haben wir hier alle. Sehr schön. Warum? Warum habe ich hier einen Mickey-Kopf? Hm. Weil, ich habe ja noch nicht alle Kisten. Mir fehlen ja insgesamt noch 8. Aber ansonsten habe ich alles. Das finde ich schon mal schön. Haha. Also alles von dem, was ich schon kriegen kann. Hm. So. Äh. Karten. Ja. Haben wir hier auch ein paar. Okay. Ich glaube, gehen wir mal ganz kurz in Puzzle-Modus. Weil, warum nicht? Ne? So. Äh. Dann halt da so hin. Wahrscheinlich. Ne. Das kommt so. Das kommt so. Äh. Guck. Wie kommt noch da? Okay. Dann finden wir hier noch die 5 Teile. Zwiespalt. Zwiespalt. Ja. Noch nicht allzu viel. Oh. Wahrscheinlich irgendwie so. Okay. Und Edge habe ich gleich einen Teil, oder? Und Edge habe ich gleich einen Teil, oder? Drehen wir schon mal richtig rum. Hm. Und dann sehen wir weiter. Weil es sich auf den Thermos River bezieht. Das ist natürlich, äh. Es wäre natürlich sinnvoll. Äh. Als Erklärung. Aber ich war eigentlich der Meinung, dass der mit dem Kopf erst kommt, wenn wirklich alles komplett ist. Aber hey. Soll mir das gerade mal egal sein. Hey, ihr, na? So, und woran wird sich jetzt fangen? Wer ist denn jetzt der richtige? Und wer ist denn jetzt wer? Ha, du hast noch mal hinter den Augen. Carlo vs. Carlo. So, ja. Ach Carlo, geh mir nicht auf den Sack, wie wärs. Ich hab jetzt eigentlich damit gerechnet, dass dann Situationskommando kommen würde. Aber ne. Egal. So. Ja. Okay. Okay. Nochmal auf ein neues, warum nicht. Hm. Okay. Die Blüberkanonen kann ich hier jetzt schon mal nicht nutzen. So wie's aussieht. Ja, komm. Okay. Kommen sie her. Ich kann mich nicht lieben. Ich will dich verprügeln. Und zwar nach Strich und Faden. Also lass mich bitte auch. So, sehr schön. Und, tschüss. Reflekt-Element. Oh. Okay, Reflekt könnte interessant werden. Reflekt könnte tatsächlich sehr interessant werden. Es hilft dir, dass du rechtst. Au, 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 au. Ja, und bleib raus. Ja, ich weiß es. Und zu. Durch die Tür kommt keiner mehr. Ja. 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 Ja, Mensch. Der Bootsjunge Mickey. Monochrom hört den Effekt von im Kampf eingesetzten Items, die HP wiederherstellen um 50 Prozent. Hey, Mensch. Mal gucken, was der sonst noch so viel Effekt hat, von wegen Kraft und Magie. Ach ja, der Amadonald, ey. Kann eben schon fast leid tun. Nein, kann er nicht. Ich sagte fast. Fast. Mir würde Donald auch niemals leid tun, weil er einfach viel zu gut in die Opferrolle passt. Wie, George, die Lads haben ihre Mission geschafft. Hooray! Wir machen ein Acorn Feast, um zu feiern. Willkommen zurück. Herr, dass du dein Wettbewerb hast, der Castle ist sicher und wiederholt und beschlecht. Danke für alles, dass du gemacht hast. Gut, ihr euch alle! Gut, ihr euch alle! Nun, ihr euch noch nicht, dass ihr etwas zu retten fühltest, während ihr da seid? Ja? Of course not! Daisy! Daisy, I'm back! Wer? Daisy ist Donald's sehr spezielle Schmerz. Wirklich? Was? Donald, du hast wieder vergessen. Du wärst besser eine gute Ausgabe. Daisy, I'm back! Ich weiß, dass es eine wichtige Mission ist, aber du könntest zumindest immer noch einmal in die Zeit in die Zeit. Das hat mit nichts zu tun. Donald? Just be a minute. Going somewhere? I just want. Donald! Ja, ja. Oh, look! Oh! 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 I believe satan und freut mich! Wenn ihn mit dem so oft ist. Daisy, wir brauchen Donald für nur ein bisschen länger. Wie viel länger? Ähm, also... Ich werde ihn wiederholen. Keine Frau Minnie, wir kommen zurück. Bitte erzähl dem Rang, dass wir ihn noch immer noch suchen. Ich werde. Wir sehen uns bald. Denk wunderschön. Ja, Mensch. Hey, die Waisenform. Benutze das Commando Drive, um durch Donalds Kräfte in die Waisenform zu wechseln. Haben wir die jetzt auch? Okay, sehr schön. Danke.